Dann bitte ich mal die Jasmin nach vorne, die unsere Schweigeminute begleitet. Ja, so ganz langsam neigt sich dieser Montagabend wieder dem Ende entgegen. Und es ist Zeit für diejenigen, die möchten, wieder an der Schweigeminute teilzunehmen. Ich lade euch wieder ein, euer Friedensbild zu malen, zu zeichnen, zu handwerken, wie auch immer. Ich lade euch ein, Freude in dieses Bild zu legen, wunderschöne Gedanken in dieses Bild zu legen und euch mit allen friedvollen Menschen, die jetzt in diesem Augenblick in friedvollen Gedanken und Gefühlen sind, auf dieser Erde zu verbinden. Für eine oder vielleicht auch zwei Minuten. Ich lade euch nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, seid willkommen wieder hier und jetzt. Ich wünsche uns allen, dass diese Bilder, die wir gesehen haben, die wir gefühlt haben, alsbald Realität für uns und alle Menschen auf dieser Erde sind. Ich wünsche uns eine ganz, ganz tolle, gesunde und friedvolle Woche. Bis nächsten Montag.